hey taco please we are recording could you get out it's not that we don't like you but we try to take the game in a group of three players so okay antwortet nicht mit mach ich mal bei dir auch ja du nimmst ja auch nicht auf ah cool er ist rausgekommen wir machen weiter ah mein koffer da mein reise koffer boah da ist er schon wieder geht das mal langsam weiter hier kann es sein dass ich lebe die ultrakiste gott okay ja ich sehe dich auch ich sehe dich beide ja das geht immer bei der selben Zeit wieder weiter ja aber haupt we are recording for youtube god dammit da ja of course it's funny we are talking about shit and we play half life 2 as multiplayer and i hate it mainly what is because it's funny with these two guys they are crazy they are stupid and yellow was hübs jetzt habe ich das noch lol ich höre dich bloß noch über ah jetzt geht's wieder alter kann das kann das irgendwie sein weil ich höre da drin diesen komischen Barney labern wahrscheinlich kann die Tüche Gott Alex checking holland und oben an bekommen Andrufer ob der da facto der Could der header data Yellow Pigs, Green Pigs, Blue Pigs, White Pigs, Pink Pigs, Black Pigs, Brown Pigs, Rainbow Colored Pigs, was ist das, Spark, Barnaby, der grüne Drache, Barnaby, Barnaby, der Typ heißt doch Barnaby oder nicht, ey, ey, Robert, Robert, komm mal zurück, komm mal zurück, komm mal zurück, können wir nicht, es geht nicht weiter, okay, wir machen eine Wettrennen zurück zum Anfang, auf die Plätze, fertig, los, oh Gott, Austro-Disconnect, ey, das ist unfair, ich hatte einen Leck, Hurensohn, was? Und wer? Ja, aber auch nur, weil ich einen Leck hatte, ansonsten hätte ich gewonnen. Ey, dreh ich mal um, Schienanudeln! Was macht der da? Ich wette, der pisst gleich in die... Oh, der hat sich eine Prostituierte bestellt, Alter, das geht gar nicht. Warte mal, das Spiel ist ab 18, eigentlich geht das schon, okay. Casual Monday. Was ist? Was willst du? Das kann keiner, weil du den Anzug nicht hast. Ich schmeiß jetzt einfach Flaschen gegen die Wand. Da! Gott, das hat sowas von gar keine Action jetzt. RTV, walk the road. No! Walk the palace, walk the place, eat everything you want, but not fat children. But you can eat hipster Jesus as well. Just to say it. Grüner Frosch! Gott, wer knarzt da so? Hat ja angefühlt, als ob der hier eine gefurzelte. Milch! Milch! Taco Bell Driver. Ist das so eine Art Restaurant in den USA oder wie? Hm, ich hätte jetzt Lust auf Tacos und Nachos. Nachos mit warmen Käse. Alter, das wäre geil. Ey, guck mal, was ich hier mache. Äh, welche Map hat der Server geladen? Wieder Train Station? Nö, nicht unbedingt. Wir können auch bei den Canals weiter machen. Ist mir egal. Mach mal. Warte. Nicht eins hier. Oh Gott. Nein, ich habe alles andere schon gelöscht. Da. Ich helfe dir dein Transport unternehmen. Bitteschön, du beladen. Ey, ich weiß, dass wir... Ich weiß, dass wir noch machen könnten. Ey, der Typ ist rausgegangen. Nützt uns aber nichts, seit der Server voll verbuggt ist. Ja. Weil es auf diesem Server nicht geht. Okay. Warte. Ey, warte mal. Dieses Age... Dieses Age of Chire... 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 Dieses komische Mittelalter-Spiel. Ja, ja. Äh, das könnten wir mal... Das könnten wir zocken. Oder braucht man dafür auch Episodes 1 und 2? Was ist los? Bei mir wurde gerade angezeigt, dass... Bei mir wurde angezeigt, dass hier keine Leute drauf sind. Und jetzt ist... Es sind hier ziemlich viele. LOL. Hallo Thomas, ich sehe dich. Das ist PvP, glaube ich. Ich glaube, wir sollten doch einen anderen Server besuchen. Und jetzt ist es schon vorbei. Äh... Nein, nein, nein. Also, das wird wirklich noch einfach außer hier. Ja, viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Alex, hör auf, auf mich zu schießen Ja Probieren wir mal Nicht hier, natürlich nicht hier Leck, leck, leck Gott ist der Server dumm Na auf jeden Fall habe ich jetzt wieder einen gefunden und ich hoffe mal, dass da jetzt nicht wieder irgendwelche Leute drauf sind, weil da jetzt 0 und 10 angezeigt wurde Ja Ich bin gerade vor allem am Connecten von einem anderen Server und kann einfach nicht auf Abbrechen drücken Ja, weil gerade bei ihr die Serverinformationen fertig abgerufen werden Sowas von falschem Map aber okay Das war fett Weil ich dich gerade getötet habe Warum hängt mein Spiel Trotzdem hängt mein Spiel gerade voll Ich kann einfach gar nichts mehr machen Ja, das ist einfach wie ich bin Ich bin gerade so zweifeln wir auch dem Gegner brauchen Okay, ich mache einfach mal mit zwei Echse aus Und dann joine ich einfach nochmal bei euch Also ich konnte eine Votes starten Ja Konntest du? Äh, es ändert jetzt gerade auf DM Irgendwas Keiner, ich glaube 06 Ja, ging Achso Lol Puffpuff Puffpuff Ob das noch was wird heute? Nö Warte, ja Äh, Canal Escape, Train Station 0 1 Oh Okay, jetzt klappt es nicht mehr Geil Jetzt kann ich keine Votes mehr starten Call a Votes Train Station 0 1 Ich glaube ich frage einfach mal schon Ich frage gleich einfach mal Orze Ob er weiß wie man den Server erstellt Und wenn das über Donation geht, dann ist das schlecht Und wenn das über Donation geht, dann ist das schlecht Versuch du mal ob du jetzt Code Ohhhh Cancel Egal, hab ich halt Spaß alleine Steig ein Schlampe So vielleicht Daaa Moment Ich bin schon am Joinen Ganz langsam Ich bin schon am Hoffentlich kann man da Master Spark benutzen Master Black Ja Ja Ich bin selten noch nicht mal drauf Dauert noch ein bisschen Nö Ja 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 Nein Kannst du jetzt mal aufhören Kannst du jetzt mal aufhören Kannst du jetzt mal aufhören Mit Fraps aufnehmen können Zumindest ich nicht Ich glaube mit Windows 7 geht das einfach nicht Aber hier nicht Funktioniert es ja mit dem Ähm Mit XP Gott Ich probiere jetzt einfach mal auf den Server zu gehen Gott wieviel Sounds kann man bitte benutzen Aber Otze muss Otze oder Chains Oder Matze müssen wissen wie man Server macht Da dir auch Age of Dingens Kirschen Mehr oder weniger alleine Das Kann doch nicht wahr sein Das ist wirklich ein Custom Server Gott was Was Zum Teufel Bist du Irgend so ein Komisches Vieh Hüpft Die ganze Zeit Weg